Klettern ist zum ersten Mal bei Olympia dabei und es war ein langer Weg. Wir standen schon ein paar Mal auf der Shortlist. Das war schon bei den Olympischen Spielen davor im Gespräch, ob Klettern es schaffen könnte. Aber ich persönlich habe nie damit gerechnet, dass Klettern zu meiner aktiven Zeit noch olympisch wird. Von daher war es dann umso schöner, als Klettern dabei war und ich mir dann den Traum erfüllen konnte, mich dafür zu qualifizieren. Ich habe bei der WM 2018 im gleichen Starterfeld auch schon eine Bronzemedaille geholt und damals wäre auch noch mehr drin gewesen. Also ich habe auf jeden Fall Medaillenhoffnung und wenn alles gut läuft und ich meine Leistung abrufe, dann hoffe ich, dass es erstmal fürs Finale und dann auch für das Treppchen reicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.